Thou shalt not pass! So, grüßt euch zum zweiten Tag hier auf der Gamescom. Unseren zweiten Tag. Und es gab kostenlos schön gekühlte Cola, die noch richtig schön am schwitzen ist bei dem Wetter herrlich. Und heute ist die Gamescom vollkommen ausverkauft. Das heißt, es gibt kein einziges Tagesticket mehr, was man hier noch rausschleudern könnte. Das heißt, eBay müsste jetzt explodieren und der Schwarzmarkt hier vor der Gamescom müsste florieren. Wie mein Blumenkohl an meinen Füßen. Tja, soviel dazu. Wir gehen jetzt mal rein und schauen mal, wie es in etwa einer Stunde mit dem Vortrag aussieht. Und bis dahin bin ich gespannt, wer von euch alles mit dabei sein wird. Beschlossen. Die Blumenkohl zu ihrer Arbeit. Und gleich zusammen. Können wir das Licht noch mal ein bisschen drinnen? Wir haben jetzt also insgesamt etwa ein Stündchen. Nur mal kurz nebenbei. Wer von euch hatte schon mal die Möglichkeit Regie zu führen irgendwo? Sei es jetzt nicht nur in einer YouTube-Produktion, also nicht nur in einem YouTube-Video, sondern tatsächlich auch an irgendeinem in Anführungszeichen Set. Das hat mir Christophon gesagt. Nee, 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 nee. Wer kann das nicht, weil ich bin zu nervös. Gras, ich kann nicht. Oh jetzt kommt der, was heißt so? Sieht so grün aus. Das riecht aber wie Kaffee. Nee, das sind aber schlechte Kanten, wenn die so zittern. Nur die Kaffee-Sahne von Huber. Nur das Beste von einem der. Ja! Aber es ist wie viele Leute hier. Sie Mariks, was haben wir hier gerade gemacht? Wo sind wir jetzt hin? Lass mich kurz sammeln. Was war die Frage? Was wir gerade gemacht haben, was wir jetzt machen und was wir dann machen werden. Wir hatten einen, haben einen sehr ereignisreichen Tag hinter uns gebracht. Workshops, viele Autogramme, viele Gespräche und so. Wir sind gerade auf dem Weg zum Hotel. Wollen etwas zu holen. Und damit kommen wir hier zurück auf die Messe und machen noch ein bisschen Party. Alter Leute, das ist ja heftig. Von wegen. Etwas größer als der Konferenzraum. Das ist doch ein mega Teil. Auch so. Wie? Aber da ist das, wie wir hier. Da ist das. Das geht jetzt so. Das geht jetzt so immentieren. Und das geht nur an, ob das hier liegt von der Borg. Thou shall not pass! Ey, Tribute von Ballheim sollt ihr nehmen. Das ist wahrscheinlich er. Die Bude von wann ist das hier? Das ist ja gar nicht. Das ist ja klar. Kamera-Wackeln. Was ist das eine Engstück-Szene, ich weiß. Die Kamera hat so gewackelt. So, ne? Klassisch. Oder auch nicht.